Giselle, Vanessa! Meine ganz besonderen Extra-Freundin! Ich hab euch beide extra ewig nicht gesehen! Ich hab dich extra doll vermisst, Anastasia! Und dich auch, Barbie! Fröhlicher Fashion-Tag euch ein! Barbie! Hey, Barbie! Guckt euch mal diese süßen Ohren-Schütze an! Die waren jetzt zwar nicht geplant, aber sie machen deinen gemütlichen Look perfekt! Hast du grad was gesagt? Oh, warte! Und? Meinst du, sie machen meinen gemütlichen Look komplett? Ich hätte es nicht besser sagen können! Ah! Vanessa! Das Trendometer! Es ist weg! Was? Nein! Das war jetzt so gar nicht geplant! Das ist ja wie mit Malibus Ohrenschützern! Alles vollkommen ungeplant! Extras! Es ist Zeit, Alarm zu schlagen! Das ist ein Cone Pink! Oh-oh! Oh-oh!